Ein Schuh zum Verlieben. Schick, bequem und super sportlich mit den Nike Zoom Agility Flyknit macht das Training noch mehr Spaß. Der farbenfrohe Schuh ist so schön und gemütlich, dass du ihn auch oft in der Freizeit tragen wirst. Dass man sich darin sofort wohlfügt, liegt zum einen an dem bunten Obermaterial. Das nahezu nahtfreie und formgebende Flyknit ist atmungsaktiv und ultraleicht. Die Schnürsenkel sind mit der Flywire-Technologie verbunden, sodass eine sehr individuelle und angenehme Passform ermöglicht wird. Die Strickzunge liegt sanft auf und ist kaum spürbar. Unter dem Fuß wird durch die weiche Einlegesohle der Komfort erhöht. Außerdem sorgen die Zoom-R-Elemente für ein leichtfüßiges Gefühl beim Sport. Die Sohle ist weich und flexibel, gibt dir aber trotzdem die Sicherheit, die du für dein Workout brauchst. Mit einer so tollen Dämpfung und Reaktionsfreude ist das ganze Training einfach noch schöner. Das liegt auch an der Außensohle mit den sechseckigen Gummistollen für mehr Flexibilität und guten Grip. Hol dir den Spaßmacher für dein Fitnesstraining im Studio oder auch für den Alltag. Du bekommst den Nike Zoom Agility Flyknit natürlich über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.